Einen wunderschönen guten Morgen, Episode 300. Das hätte man mir im Jahr 2016, bei der ersten One-Episode, wirklich nicht erzählen dürfen. Wirklich nicht. Aber ganz ehrlich, diese wöchentlichen Videos, die sind mittlerweile die größte Regelmäßigkeit in meinem Arbeitsleben. Und deshalb machen wir auch in dieser Woche einfach so weiter. So wie wir das immer tun, mit einem coolen Thema, bei dem man links und rechts über den Tellerrand schaut und bei dem man hoffentlich die eine oder andere clevere Information für sich rauszieht.